Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1 Freunde der Nacht. Ich bin das Ganze natürlich Multiplayer, dem Modus Rush. Wie man sieht, muss man wieder warten und warten. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne mal in den Kommentaren was davon sehen. Supportet es, Däumchen hoch also, wenn ihr aber Lust habt. Und ein Abo wäre auch ganz nice. So langsam füllt es sich. Ich bin begeistert. Star Wars Schuss. Die anderen sind einfach außer die Schatten. Oh, geht schon los. Okay. Let's go. Schauen wir, was wir so reißen können. Wow. Wow. Das habe ich nicht kommen sehen. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Der ganze Trupp ist weg. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Bertha entschärft. Die haben wir uns ja auch zerpflückt. Die haben wir uns ja auch zerpflückt. Das war aber echt knapp. Ach. Ach nö. Ach nö. Ach nö. der klassische banden wort der feind hat den sprengsatz albert entschärft abklappern Ich schick dir eine Granate! Jawoll! Jawoll! Hey, come on! Ist ja gut, ich komm ja schon! Sprengsatz an Einsatzziel Albert Platzier Oh, oh, oh! Komm, ey, das müssen wir doch schaffen! Das ist doch machbar! Granate ist raus! Vor und zu! Granate ist raus! Granate ist raus! Ich kenne die Granate! Wir haben Einsatzziel Albert ausgeschaltet Okay 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 Auuuuh! Danke ich nur dazu! Komm schon, ey! Bitte! Mann, ey, hör raus! Waaah! Vorsicht zu uns, ich hab ne Granate! Waaah! Sprengsatz an Einsatzziel Albert Platzier Fuck! Fuck! Boah! Yes! 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 Nein! Nein! Wow! Bin ich etwa so hochgeflogen? Nicht schlecht! Nicht schlecht! Das ist einfach so hochgeflog! Ja! Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel-Wärter entschärmen! Fuck! Fynnert! Hörst raus! Auffass! Ja! Jajajaja! Sag ich immer Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Ach, nee. Jetzt haben wir ihn wieder verloren, oder? Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Bertha entschärft. Abkacke. Ja, Mann. Jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Wenigstens habe ich ihn mitgenommen, ne? Dafür steckt er in der Decke fest. Ach, Mann. Die haben die ganzen Leute da ausgeschaltet. Verloren. Mist. Okay. Trotzdem. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Haut ein Like raus. Demoliert die Kommentare. Und bis bald. Haut rein. Beain. Vielen Dank.